geschrieben ja wir sind heute mit planen voll ohne mit planen vorbereitet hallo wir haben ein paar sachen rausgesucht so ist das nicht so startet das spiel auch ich habe auf jeden fall schwarzes kästchen auf meinem desktop ich auch da liegt das nicht um ihr es wird groß tiny bit mal gucken ob es groß wird er ist unschuldig habe es genau gesehen ja ja guck mal wie sie alle unter einem dach wisse guckst du ja so einstellungen geht das auch in deutsch maus geimpelt press space das ist ein hut halt so weit bin ich noch gar nicht so jetzt kann ich doch bei graphics kannst du sein stellen ich suche gerade mal hier wo ist denn hier und einstellungen wahrscheinlich sind ja so ein bisschen größer werden nicht schlecht vollbild quality ich mach mal medium ich weiß nicht was da kommt ja das sieht aber komisch aus oder ja doch sound voice emoji was ach so was ist das ich weiß nicht was hat halt ist warm aber erst mal das warm-up zusammen spielen ja hast du beim sound irgendwas geändert ich habe es ein bisschen leiser gemacht weil ich nicht weiß wie laut das gleich wird kiksi 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 da das sieht jetzt was oder auch nicht ach doch wir sind zusammen ja ja wieso hast du bei mir ein gelbes herz und bis level 0 und ich bin level 1 hell ist bei mir genau genau so andersrum ach so ok so items haben wir noch nichts schiff schwebebahn und ach so das kommt erst alles noch es gibt nur warm-up und es gibt es geht ich würde sagen wir schauen uns einfach mal warm-up an war bereit mod ist immer schön das spiel umstellen gilt für alle nur zum froh ja ich bin ach so muss ich auf ready drücken ja also wir nehmen warm-up erst mal ja escape by train stay inside circle wie ein zombie kann ich mir jetzt was aussuchen you will become a zombie es lädt genau als mensch musst du ja auf den zug aufsteigen um zu entkommen und als zombie gewinnst du wenn du alle menschen tötest mit m haben wir map after you die you will become a zombie er ist der name von dem game weil ich habe es schon geändert honky müsste eigentlich anzeigen das dauert ja immer ein bisschen oder ihr müsst alle aktualisieren ich habe das spiel heißt pandemic express aber wir sind nicht zusammen jetzt kann das sein ich glaube das training ist alleine ich glaube das training macht jeder alleine oder ich will die shotgun oh was haben wir denn jetzt so kann ich das denn nicht ich will die short gone 300 meter ich muss ich habe irgendeine knarre ich weiß nicht ach ja mit c kannst du sprechen oh das gefällt mir schon mal nicht dass ich voice chat nutzen muss ich will meine shotgun wieso geht das schnisch dann halt nicht durchspielen der zukommt der zukommt oh ich habe verpasst oder kann man die verpassen nee ich weiß noch nicht wie ich da aufspringen das ist nett äh bei mir ist das schon vorbei ah nein ich habe den zug verpasst nein ich habe den zug verpasst scheibenkleister da kommt bestimmt ein neuer oder oder habe ich jetzt du hast den zug verpasst ich habe den zug verpasst ich gehe kaputt aber hier hinten ist noch so ein ding ja das hätten die mal sagen müssen dass der nicht wartet nee der fährt scheiße bist du auf den zug drauf ja scheiße nein ich habe den zug verpasst man ich will den echten nehmen jetzt musst du doch auf die fresse fallen das ist mir zu real gerade das spiel soll ja der versuch bei tats ey kalter gar nicht wahr wie die bäume wackeln hast du schon zombies gesehen nee ich renne auf den zug hinterher mach grad den ich komme da gar nicht hinterher man und ich mache gerade eine rundreise mit dem zug guck mal hier sind überall häuser sterbe ich jetzt nein warte auf mich ich warte auf mich also an den häusern wo die plattformen drüber sind wird der manchmal ein bisschen langsamer oh äh er f der fährt aber ununterbrochen durch ne ich glaube der ist jetzt wieder hier äh bleib stehen wie komme ich da jetzt drauf escape on train was ist das da äh äh ich komme nicht auf ich glaube ich muss jetzt hier hin scheiße nein bleib stehen nein du kack zu bleib stehen oh nein äh verdammt so wo bin ich jetzt im punkt hier ach man das kann doch nicht wahr sein wieso bleibt er denn hier vor stehe für zwei sekunden der fährt die ganze zeit vorbei ja der fährt die ganze zeit durch ja escape on the train wieder wenn er nicht stehen bleibt ich starte das jetzt gleich neu man ja aber ich bin auch nicht jetzt escaped auf dem train ich starte das gleich neu ey ach klar 56 meter wo soll ich denn da hin 40 38 hallo was ich war ganz kurz abgehackt ist bei mir nicht ich hoffe mein stream da keine probleme da da fette da lang bleibt stehen wie tue ich denn nachladen das ist schrott gar nicht so oder verreist aber ganz schön nachladen tut er auch noch mal krieg ich aber ganz andere waffen so jetzt kenne ich erst mal zum zug die deutsche paar so ich renne rennen und das ist zum testen weil es alles gibt dieses warm-up ja ja so wie tutorial vielleicht ein bisschen kannst du alle knarren mal ausprobieren am übungsplatz ja ich habe diesmal andere waffen gekriegt als beim letzten mal für komisch jetzt will ich aber die verdammten zu entkommst hier nicht enter geil ich möchte mal fahren ich möchte viel überfahren ich habe gerade mein auto zu Und der Verrückte auf einem Trampolin-Kissen. Äh, scheiße! Fuck, 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 fuck. Kann man den Zug blockieren? Nein, 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 scheiße. Ja, ich bin aufgezogen, Mann. J, wirklich, muss man, ist schief nicht? Kann ich den blockieren? Du sollst stehen bleiben, verdammtes Auto. Oh, Mann. So, und jetzt, was passiert jetzt? Ich hab mein Auto leergefahren. Ich bin jetzt auf den Zug. Passiert jetzt auch was, oder? Nee, da ist nix passiert. Aber wieso macht er keinen Progress hier? Und da muss man ganz vor... Kann man vorne in so Führerhäuschen rein? Was ist denn das hier für ein rückartiges... Ich hab Angst, überhaupt was zu machen. So, ich bin wieder auf dem Zug. Ich bin auf dem Zug. Und jetzt? Ja, das passiert nix. Jetzt passiert nix. Ich hab halt irgendwo hingeschossen. Jetzt sieht man mich angeblich. Aber ja. Da liegt ne Knarre drin. Was ist das denn für ein komisches Warm-up? Hä? Tana, lass mal PUBG spielen. Hab ich? Oh nein, ich nicht. Verdammt. Ich hab dir gehofft, du hast es nicht. Alles, was du möchtest. Rainbow Six, PUBG, Black Ops. Hast du H1Z1? Hab ich alles. Was? Weißt du, da ist doch überhaupt jemand am Spielen. Hier? Nein, H1Z1. Das hab ich nicht. Aber jetzt mal ohne Scheiße steht. Ich soll auf dem Zug. Ja, ich bin auch schon das zweite Mal drauf. Passiert nix. Kann man da rein in den? Ich war gerade mal ein ganzes Mal gesehen. Auf dem Zug. Zombie. Ich seh keinen einzigen Zug. Hier ist auch keiner. Ich glaube, hier ist auch keiner. Toll. Ja komm, dann lass mal aufhören, oder? Also rüstig spielen. Ja komm. Äh, Exit Game. Zum Mainmenü. Ja, ich möchte zum Hauptmenü. Danke. So, jetzt wollen wir mal hier Action. Nein, keine Overwatch. So, musst du jetzt auch aufhören? Oder wolltest du mal eine Runde Escape spielen? Was? Nein, ich dachte, wir spielen jetzt, ähm, das mit dem Zug zusammen. Ja, dann. Geht das nicht? Doch, müsste eigentlich. Ich hab dich ja eingeladen, ne? Also bei mir, ich hab jetzt auf Escape gedrückt, Entschuldigung, canceln und dann Connecting, Punkt, Punkt, Punkt. Steht das bei dir auch? Ja, jetzt. Komisch, dass wir in der Gruppe sind und wir uns einzeln anmelden können. Connected? Sind wir hier zusammen dran? Ich weiß es nicht, ich hoffe. Denk dran, wenn du C drückst, tust du sprechen. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Ja, ich will's auch. Wieso, wieso sollten wir denn reden? Ich meine, wir spielen, und wir zusammen... Wollen wir das über Voice Chat kommunizieren? Ich will euch leiden sehen. Vielleicht sind wir ja auch Zombies. Hä, spielt mal das jetzt gegen andere noch? After you, there you begin... Das ist ein reines Multiplayer-Game. Oh, oh. Ja. Scheiße! Oh Gott, wir kriegen das schon hin. Use Double Jump to Reach. Ah, das Ding hat sogar Double Jump. Oh nein, hier sind andere Leute, ja. Ich seh schon. Tap to... Tap? Hallo? Tap Mute. Und dann kommt da so ein... Menü mit... Ich hab schwarzen Bildschirmen. Oh, oh, da kürt was. Hä? Ist Keksi bei mir? Ja, Keksi, du bist da. Das spielen mir viel zu viele... komische Fläuche. Hallo, ich möchte gerne jetzt spielen. Dann fängt das doof... Ah, 28 von 30. Ich hab gerade alle... alle gemutet. Du auch? Keksi, wo bist du? Ja, noch nicht. Ich steh am Gleis. Aber es gibt da irgendwelche automatischen Sprachdinger. Hallo? Keksi? Hallo? Help! Hallo? Keksi? Kek... Ey! Was hast du gesagt? Die sagen immer Zombies und Follow-Me, also irgendwas wirst du da automatisch sagen können. Follow-Me! Follow-Me! Ich hab keine Ahnung, wie du weißt. Ich hab keine Ahnung. Also Crash geht? Ja. Steuerung und Zahlen? Warte mal. Wo hast du denn die Steuerung? Nee, ach so. Sprint-Shift, Slide-Crouch, Throne... Jump, Drop-Bappen, Melee... Ah, warte mal. Äh, ja. Map. Guck mal, die... Irgendjemand hat mich in die Ecke geschossen. Alter, was ist denn das für ne große Map? Guck dir das mal an. Was ist denn Prown auf Z? Was ist denn? Was ist denn Prown auf Z? Was haben die? Was haben die? Was haben die schon Waffen hier? Was haben die schon Waffen hier? Was haben die denn Waffen? Es gibt eine Playerliste hier, ne? Okay, so die ersten zwei Numbers sind 8 und dann W, 9 und 6. Die, 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 äh, äh, äh... Top-List. Gibt's hier. Es ist wie bei H&Z-SK ein bisschen. Korganning! Korgan, danke! Ach, moin! Hi! Sind grad ein bisschen, äh... Okay, lass los! Nice! Ja. Wenn ich jetzt wüsste, auf welche Seite wir rausgehen, ich glaube da... Wui! Brauch mich anzustupsen, Mama! Ja, geh mal aufs... Äh, geh mal aufs Bahnsteig, bist du? Was? Verstecken? Ja. Ah, da kommt einer! Oh! Scheiße, ich... Ich glaube, da ist ein Zombie! Es gibt ein Zombie! Ja, hat sie da nicht jemanden Waffe? So, jetzt dürfen wir raus! Renn! Krieg sie! Ja, wenn denen die falsche Richtung ist, wollte auch was runtergehen. Aua, ich krieg grad Schläge! Ich bin gleich ein Zombie! Nein! Du Scheiße! Ah! Du bist rot! Ja, ich bin tot! Scheiße! Was sind denn hier mal blöde Waffen? Es ist... ich, äh... Oh, wir müssen zum Zug! Toll! Oh! Scheiße! Scheiße! Ich schaff das niemals rechtzeitig zum Zug! Bin doch so unpünktlich! Ich folg einfach die Typen vor mir! Hier ist irgendwas! Ah, ich kann's nicht nehmen! Das ist schon mal super! Klar hat der eine Waffe! Oh! Waffe! Wir sind schon etliche infiziert! Ich bin jetzt Zombie! Nein! Ich versuch zum Zug zu kommen, aber irgendwie wird das grad nicht besser! Das ist ja gerade ein ganz neues Spiel, was wir hier machen! Oh! Hier ist eine Waffen! 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 Gib mir die Waffe! Ne, hier sind auch Waffen! Oh! Aber als Zombie kannst du die nicht benutzen! Oh! Man kann hier runterrutschen! Hui! Scheiße, ich hab die falsche... Oh! 16 Humans wurden gegessen! Hui! Nein, die will ich! Stop the train! Wo ist der train? Oh! Hier ist eine riesen Waffenkiste! Hä? Wie kommt da nochmal was fallen lassen? Also... Oh! Ich versuche eine Wa... Wie kann man denn den Wagen stoppen? Ja, die sind alle auf dem Zug und wir nicht! Oh! Oh! Ich kann mich hier halten! Also man merkt schon... Nein! 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 Die hat auch schon gefallen wieder! Boah! Ich hasse alles! Oh! Scheiße! Stop the train! Ich hasse alles! Oh! 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 Hans! Oh! Oh! Ah, da oben sind auch noch welche! Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Was ist das? 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 Oh mein Gott, Fortnite! Oh mein Gott, Fortnite! Oh mein Gott, Fortnite! Oh mein Gott, Fortnite! This guy's doing the floss. Bro, we're all doing the floss everyday, bro. Epic! Yeah, bro. WTF! Epic! Get this bitch! Keksi! Dude, I killed that one slut, dude. Tana, lass mich! Keksi! Lass mich! Nein, nein, nein! Was ist das? Rocket Launcher! Wee! Scheiße! Wee! 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 Lass mich! Scheiße, scheiße, lass mich! Lass mich! Lass mich! Keksi! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Scheiße! Scheiße, was ist der Train? Nein, da hinten! Was? Nein! Oh nein! Ich bin auch einer, oder? Ja! Oh! Fuck! Ich bin auch einer! Nichts gehört mir! Ich bin auch einer! Ich bin auch einer! Humans! 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 ran Hans Im Hans Hans Am veromma has Geht Oder Geht Human! Humans! Humans! Dude, this guy is in Ultra Sweat, dude. Humans! Get it boys! Humans! Humans! This one there, no! Humans! Humans! I spent $10 on this game. Me too. Humans! I love 200 pink. Humans! One more! Human! Human! Easy class! Humans! Humans! Swamped! Level 2! Level 2! I got a level 2! Oh my god! Paul! Dude, this game is... Und weg! Oh, Scheiße! Was kassiert hier? Ja, geht's jetzt zu Level 2. Ja, genau. Gixi, was ist deine professionelle Meinung zu dem Spiel? Ich... 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 Ja... Also die Idee ist nicht schlecht. Es ist... Es ist schwierig. Aber es ist halt schwierig mit der Sprache, ne? Sonst... Zu viel Humans! Es wäre cool, wenn man nur mit seinen Freunden gegeneinander spielen könnte. Vielleicht kommt das ja noch. Hier ist irgendwie vieles noch nicht fertig. Ist das noch von AGX, oder? Ist ja auch erst Early. Das hier sieht auch nicht... Cablecar sieht auch geil aus. Ich mein, die... Wie die Figuren an sich aussehen, ist schon... Hat was. Das ist typisch Tiny Build. Es sieht halt nicht aus wie so ein... Left 4 Dead, oder so. Ist mal was... Also ich find's an sich... Ist das mal was anderes auf jeden Fall. Also im Chat würde es ohne... Ohne Voids besser gefallen? No. Gixi, will noch eine Runde spielen? Ja! Man muss ja erst mal gucken, was alles passiert, oder? Ja, mehr passiert dann nicht. Ja, aber... Aber ich möchte noch ein bisschen... Muten. Aber wenn ich die anderen mute, ne? Also das Muten hat nicht funktioniert. Hat das nicht geklappt? Nein. Hä? Okay. Hey, Haley! Schade. Hallo! Also stell mir... Also es kann bestimmt sehr lustig sein. Ich bin froh, dass es nicht umsonst ist, wie die Seed war. Dann wären die Leute richtig kacke drauf. Ja. Aber die waren ja eigentlich ganz lustig drauf. Ja, die waren lustig. Ich hab dafür bezahlt, aber es macht Spaß. Warum spiel ich das? Ja. Humans! Ja. Der Chat träuft heute Nacht von... Humans! Ich will das Spiel spielen. Der Sound reicht mir schon. Ich hab Craft und Booyahs Resident Evil gesehen. Let's go! Ja, Resident Evil musst du, glaub ich, eher zu Keksi. Äh, hat mal einer den Multi-Stream aufgemacht. Äh, nochmal einen Link für Korgan. Man sieht, damit er das bei Keksi auch gucken kann. Ja, wir haben ja heute Multi-Stream. Also ich hab die Leute gemutet. Aber du kannst halt trotzdem irgendwie so Emotes bauen mit Hello und so, ne? Du kannst halt trotzdem irgendwie Hello Mode oder sowas machen. Oh, diesmal nicht so lange. Gott sei Dank. Musik ist cool. Hallo Keksi. Hallo Keksi. Hallo Keksi. Hallo Keksi. Hallo Keksi. Vielleicht wär'n wir jetzt nicht so schnell zum Zombie. Hallo Keksi. Ich bin ja erst in die falsche Richtung gelaufen. Aber es war ganz cool, weil du hattest dann einen Punkt, wo du dann ganz viele Waffen hattest. Die haben sich in so einer Kiste geöffnet und du hattest über diese Wegelchen, die dich überhingefahren haben. Hallo Keksi. 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 Ah, da ist einer. Oh mein Gott. Ah, jetzt krieg ich direkt wieder das erste sein aufs Maul. Nein, echt nicht. Ich bin nicht. Ich auch. Nein, 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 ich bin nicht. Übrigens, an den Bahnhöfen kannst du. Scheiße. Ich hab Schaden gekriegt. Was? Ich sag mal anstisch schon. Kill, 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 kill. Oh, love me. Oh, der hat mich gefangen. Nein. Lass mich los. Der hat mich geworfen. TF. Ja, du kannst mit links schlagen und mit rechts werfen. Ich geh ganz nach oben. Und an den Bahnhöfen kannst du, ähm, übrigens, ähm, dich heilen. Mal gucken, ob ich länger überlebe jetzt. Ich glaube eher, dass ich jetzt, äh, ich bin schon infiziert, glaube ich. hier ist ein Heilautomat. Komm schnell. Ich bin geheilt. Da kommt irgendwas. Ich glaube, auf einmal fahrt der Typ mit dem Waffen hinterher, ist immer gut. Schneller heilen. Wait for us! Da ist mir die Karte. Da ist mir die Karte. Er nagt ein Auto. Ah, jetzt mit dem Auto. Cool. Du hast zwar keine Waffe, aber... Ja, hier ist auch ein Auto. Das ist cool gemacht, finde ich. Was ist ein Auto? Dass du so mit... Alter, agieren kannst. Oh, scheiße. Entschuldigung. Was ist das hier? Ah, da kann ich springen mit. Ah. Das ist cool, ey. Waffe, 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 Waffe! Ja, ich hab Waffen! Ja, ich hab auch noch Knapp. Wax ich mir wieder an. Scheiße, ich hab einen Sniper, das ist nicht gut. Ich hab, glaube ich, einen Shotgun. Ich will auch einen Shotgun. Warte mal. Oh, ja. So, auf zum Zug. Ich find's an sich... Es hat auf jeden Fall was. Ja. Keksi, ich seh dich links. Ich bin hinter dir. Ah, da! Verdammt! Ich hätte diese kleine Schleuse nehmen sollen. Zum Draufspringen. Ja. Wenigstens kriegt man keinen Fallschaden. Kommt da noch einer? Ja, da kommt noch einer. Komm her. Ich will... Ich spring da jetzt auf, wenn ich da drauf komm. Keksi! Ja! Nein, noch nicht! Ich bin noch nicht da! Warte auf, wie ich zu... Na, jetzt fährt er los, der Zug. Das ist schön. Komm nicht hinterher. Ah, ich bin... Ah, ich bin... Ah! Kommt der hier oben an? Ich war grad auf eins dieser... Dieser... Kleinen Dinger. Hm. Die sind schon cool. Ist schon praktisch. Ich glaub, der Zug kommt mir entgegen. Oh, ne. Falsche Richtung. Haben sie den Zug wieder aufgehalten? Ja, ja. Ha! Fahr mit dem Auto auf den Zug drauf. Sehr geil. Ah! Keksi, ich komm! Hilfe, 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 Hilfe! Ah! Scheiße. Oh, mein Gott. Scheiße, ey. Können die hier hoch springen? Ja, die kommen hier hoch. Aua. Das hat mich schon für einer gefangen. Äh, da explodiert. Ah! Native Biggers hat mich getötet. WTF? War auf den Zug? Die haben irgendeine Bombe gezogen. Ja, ja. Boah, was für Arschkoll. Mir gefällt der Steel. Ja, der hat echt was. Also... Das hat echt was. Oh, ich bin tot. Ja. Welcome to the jungle! Nein, wieder gekillt! Wieso können die das so schnell? Wenn ich das mal... Da passiert das. Wuiiii! 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 Hallo, Kik! Hallo! Hallo! Ich hab mich auf einem wirklich die Chance gesagt, das zu schicken. Bestimmt. Könnte schon möglich sein, dass wir das schaffen, ne? Vier Stück sind noch am Leben. Ja, wo sind sie? Da hinten ist einer. Vorne ist einer. Und hier, der eine hat sogar die... Es gibt ja hier die Möglichkeit, dich auch noch zu vergessen. Drei Leben noch? Sind das die, die so... Hä? Wie erkennt man die denn jetzt doof gefragt? Wie wir slideen hier, ey! Da sind sie. Da sind sie. Hier liegt noch eine. Da sind sie. Wir wollen erlaufen zu. Bin hinter eine. Merde! Nein! Nein! Der ist da hochgesprungen! Scheiße. Attack! Der läuft auf den... Auf den Sprung. Ich bin getötet worden. rennt und rennt und rennt wie ein wahnsinniger diese runde hier ist ruhiger naja aber das muten hat bei mir jetzt geklappt tatsächlich abonni trolley boys der letzte ach das nicht Sir Red Wind ja ist schon spotlight natigers ja da steht glaube ich immer derjenige plus 10 wow danke Luots für Luots also um Stufe 2 zu erreichen müssen wir richtig Messeln ich habe zehn punkte gekriegt du wie 100 aber trotzdem was so wie 5000 ja ich könnte länger dauern möchtest du noch eine runde spielen eine letzte ja kommen dann weiß gar nicht wann geplant ist ganz rauskommt ich guck mal stand glaube ich nichts dabei ich habe das schon die ganze zeit hättest du mir davon nichts erzählt hätte ich das gar nicht auf dem schwum gab um echt zu sein ich hatte das schon bevor es rauskam nur ich hab halt kein gefunden damit wir das spielt hier ja early access veröffentlicht so 2 mai das ist ja nicht so mal gucken wie laut jetzt es wird na guck mal kalt hat seine ganze ehre verspielt annie das ist hockey seine ehre wollte das sagen hock jetzt seine alter schwede hat was ein bisschen von zirkus musik zweieinhalb minuten bis das game startet ja das ist weil wir es müssen 30 gegen 30 sein sagen wir mal so die leute sind hier nicht so aggressiv wie in anderen warteräumen ich habe doch kein genütet sind aber alle leise da springen kekse wenn ihr kennt sie eine grüne schrift ja ich kann mit geld umgehen honky nicht ich will alle fleisch frisch vom grill kekse ja ok jetzt sind das niveau ich habe es aus das hat ja tolle zwei runden gedauert bis der erste anfängt zu beleidigen im ernst stell mal vor die wüsten stell mal vor wir würden sagen dass wir frauen sind oder war ganz vorbei du kannst aber pech haben dass jemand ins stream das macht jetzt gemacht immer wenn ich gestorben habe ich dann gesagt habe ich irgendwas gesagt oder so oder keine ahnung dann haben die immer so komisch reagiert war sehr lustig naja wir frauen spielen ja keine spiele aber es gibt ja auch keine frauen im internet ja ja auf jeden Fall keine akkizurrunde was ist denn jetzt los oh Eli ey schenkt mir ein bild seems good ich habe mich vergessen überhaupt mit was ich habe mich vergessen überhaupt mitzunehmen ist verporen na gut war gerade Alicia geht los nein ich kurz raus tippe scheiße welche richtung ist jetzt die richtige ich gehe mal in die falsche die auch von hier ja aber da hinten war auch ein Gitter ist eigentlich egal wo du untergehst guck mal die gehen alle in die ecke das ist bestimmt die profi ecke aber da kommt gleich der zombie raus oh scheiß das ist ein Dreck das stürmt erstmal verstecken ne ich bin ganz klein und sichtbar da ist er hat schon einen oder ah da ist er oh nein fuck okay ich bin immer noch in seinem licht das hat echt was ich häng fest ich häng fest oh nein ich häng fest ich hab ne Waffe ich fährt immer besser Kappa ich bin schon tot scheiße echt jetzt ja oh Keksi nein du nee nee ich bin gar nicht da ich bin gar nicht da magst du Bomben was wie gehen denn Bomben bitte ah jetzt wieder so cool da war ein Wagen verdammt verdammte Axt hier ist doch ne Kiste gewesen oder nicht wir sind überall scheiße ich hänge ich komm hier nicht raus ja ich hing auch gerade fest oh Gott start hui jetzt mal ohne Scheiß wenn ich getroffen werde ne da bin ich direkt tot aber ich hab einen getötet ja ich hab einen getötet was fahren sie ja die man im echten Leben niemals sagen sollte ja ah das ist hä ich muss mich mal eben heilen gehen verpiss dich nein nein wo werde ich denn noch nein 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 hä hier ist doch hier scheiße ich hab doch auf Öffa hingedrackt ich war so geruht ich war so geruht ich bin zu bed man ich würde alle Menschen Menschen müssen sterben magst du Bomben happy ob ich Bomben mag bist du Bomben ich bin ich hab den einen mindestens fünfmal oder so getroffen nix ist passiert und ja ich hab den gut getroffen er kann doch nicht wahr sein das spiel macht ich hab den nächsten versorgt ja ich versuche hier von sneaky von hinten an hat sich da rein das ist auch ein zombie manchmal erkenne ich nicht ob das noch ein echter ist press f to pay respect heißt der so der typ oder was stopp nein du arschloch wieso geht das bei dir nein ich hab R gedrückt ich würde mal eher für reloaden drücken da hab ich zu viel Ohr wollte ich gespielt komm wir gar nicht rein ja deine ballert zehn jahre ja wie kann der das ey wenn ich die treffe dann sterben die nicht so schnell denk dran an den Automaten nicht heilen ne ja ich bin ja schon tot was für auch die auch die zombies können sie fallen ja die null da kommst du nicht rein was ah die kann explodieren wie hast denn das gemacht kannst du dir aussuchen wenn du unten die erdstaste voll hast da ist einer auf dem Boden da ist einer auf dem Boden er wird nicht sterben komm her du Arsch ja 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 ich hab dich ah Mimic oder Phantom hier ich mach genau Phantom bist du unsichtbar und äh Mimic ich mach jetzt Mimic ich bin zum Bomben machen das ist ein Bomber wieder gekillt worden Mann nein ich bin weggeschleudert worden mit der Bombe was zur Hölle verdammte Axt verdammte Axt nein die schaffen das tatsächlich ich geh schafften die das jetzt ernsthaft dann sind das aber gute Spieler du weißt wie oft die da schon gespielt haben ich glaub wir haben verloren noch 18 Meter wow 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 Aua ja die haben es tatsächlich geschafft holy moly also es geht doch also es geht wohl echt toll ich hab 242 gekriegt wow 1 1 51 Punkt da ja fast Level 2 wie du hast Level 2 nein fast Level 2 also nicht wirklich aber ja da fehlt noch viel ja so Mönü Pipi Pause ok und dann wow so